Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Hellsicht Blutschattenumhang anzunehmen bei Uralter Schattenmondgeist im Schattenmondtal an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten wo ich mich befinde. Vor Quest war Devon Blutschatten Geschichte und Mythos. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte euch aber auch helfen in BC Classic. So, ich versuche einen Weg entlang zu fliegen, den man auch ohne Flugmount benutzen kann. Meistens benötigt man aber schon Flugmounts im Schattenmondtal um zu questen. Hier sieht man auch die zwei Questgebiete. Mal schauen, ob wir gleich die Mobs sehen oder nicht. Hier sind diese Kleriker. Ich glaube damals in BC Classic bzw. in Burning Crusade sah man diese Mobs nur mit dieser Geisterwille, was man von der Quest oder vor Quest sogar mitbekommen hat. Ich ziehe mal mein normales Equip an. Und ihr seht, diese Geister sind weg. Also, nicht vergessen, Geisterwille anlegen. Dann seht ihr diese Kleriker von Klaferbohr und diese können diesen Blutschattensumhang droppen. Okay, hier war noch nichts dabei. Auch nicht. Immerhin sind einige vorhanden. Seitdem, wenn ihr die Quest in BC Classic macht, könnte es sein, dass hier mehr Spieler unterwegs sind. Dann muss man halt auf den Rispone warten. Ah, da war was. Schaut mal. Blutschattensumhang. Super Sache. Jetzt, falls ihr noch andere Quests machen wollt, lohnt es sich, euer normales Equip anzuziehen. Falls ihr die anderen Herrsichts-Quests machen wollt, dann könnt ihr gleich die Geisterwille auflassen, logischerweise. So, mal schauen. Okay, das stimmt schon mal. Ich muss da hin. Und nun sollte ich gleich auch schon da sein. So. Der Abkappe NPC sieht man anscheinend ohne Geisterwille. Okay. Solltet ihr den nicht sehen, legt die Geisterwille an und schaut da nochmal. Quest ist abzugeben bei Uralter Schattenmundgeist im Schattenmundtal an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonniertknopf ein. Außerdem bin ich auf Twitch unterwegs. Link dazu findet ihr in meinem Kanalbanner. Genau. Und in der Videobeschreibung. Hoffe, wir sehen uns da mal. Heizocke. Ende.